Heute erstmalig das erste Videogespräch. Es ist eine neue Variante, die wir für den SC Wiener Neustadt auf die Homepage präsentieren möchten. Zu Beginn einmal noch ein kurzer Rückblick zum Spiel am Samstag gegen den Rekordmeister Rapid Wien. Wurde ja im Kampf ein Punktegewinn erreicht. Wie zufrieden bist du jetzt einige Tage nach dem Spiel mit der Leistung deiner Mannschaft? Ja, wir sind sehr zufrieden mit dem Punktegewinn. Es ist so, dass wir auch über das Spiel gesprochen haben, wie die Mannschaft das Spiel gesehen hat. Wir kommen immer wieder zum selben Schluss, dass wir uns des Öfteren vor allem zu Beginn des Spiels nicht das zutrauen, was wir wirklich spielen können. Wenn die Situation dann schon fast eingetreten ist, dass die Punkte verloren sind, dann werden wir mutiger, dann riskieren wir mehr, dann sehen wir auch, dass wir spielerisch mithalten können. Aber es war in erster Linie ein Punkt, den wir kämpferisch erarbeitet haben. Rapid hat mehr Spielanteile gehabt. Wenn man es aber dann nüchtern betrachtet und ich habe das Spiel wirklich zweimal gesehen, dann muss man sagen, so eine Torschance wie die vom Edin Salkic, die haben sie nicht gehabt. Wir haben einige Halbschancen gehabt, wo Stangelbässe waren, aber die zwingenden Möglichkeiten habe ich nicht gesehen. Und das, was aufs Tor gekommen ist an Schüssen, hat der Jörg Siebenhandel super variiert. Meiner Meinung nach haben wir ein reguläres Tor geschossen mit elf Spielern, das nicht gegeben wurde. Es ist dann ein bisschen hektisch ins Spiel gekommen. Dadurch waren wir dann auch noch einmal zu zehnt, weil der Simco halt überehrgeizig war und wahrscheinlich noch die Nachwände des nicht gegebenen Freistoßes, weil er das Tor nach dem Freistoß im Kopf gehabt hat. Und dann haben wir einige wenige Situationen gehabt, wo wir zu zehnt auch in die Offensive weggegangen sind. Daraus haben wir einen Erfolg bekommen, wo ich der Meinung bin, dass die Rapid-Top-Weil sich da unglücklich anstellt und man den Elfmeter auf jeden Fall geben kann. Das haben wir verwertet und sieben Minuten Nachspielzeit haben wir auch überstanden. Ich glaube, dass der Punkt verdient war. Wir haben jetzt nicht als bessere Mannschaft aufgrund dieser Tatsachen, die ich jetzt gesagt habe, geht das in Ordnung. Von dir bereits angesprochen, auch die eine oder andere Entscheidung der Schiedsrichter, nicht nur im Spiel gegen Rapid, sondern auch in fast allen anderen Partien der Bundesliga waren die Schiedsrichter an diesem Wochenende im Mittelpunkt. Wie ist deine persönliche Einschätzung zur Qualität der Unparteiischen in der Typ-3-Bundesliga-Bord bei T-Mobile? Zum einen möchte ich sagen, dass ich auch zu dieser Gruppe gehöre, die die Schiedsrichter bislang noch nicht wirklich kritisiert haben, weil wir nicht eine Mannschaft sind, die wirklich von knappen Entscheidungen profitiert hat. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ich glaube, es ist wahnsinnig schwierig, Spiele zu leiten. Es wird immer schneller, die Entscheidungen sind immer knapper. Der Druck, der von uns aufgebaut wird, von den Trainern meine ich, dann nach den Spielen, wird immer größer. Das macht es für die Schiedsrichter dann auch nicht leichter. Aber es waren ein paar unglückliche Entscheidungen dabei, es waren ein paar Fehlentscheidungen dabei. Aber meine Güte, es ist für uns aus Wiener Neustadt Sicht, bleibt zu hoffen, dass es so ist, wie man immer sagt, am Ende der Saison gleichzeitig aus, dann haben wir ein bisschen was geholt. Kapitän Thomas Simkovic am Samstag mit Gelb-Rot vom Platz gestellt beim Spiel gegen Rapid. Wie wirst du diesen Ausfall am kommenden Samstag gegen den KSV 1919 kompensieren? Ja, zum einen muss man, kann man glaube ich, wie man die Schiedsrichter anspricht, sagen, ich meine, dass diese Gelb-Rote-Karte zwar unglücklich für Simko war, weil er das vor allem nicht machen wollte, aber dass man diese Gelb-Rote geben kann. Das muss man schon sagen. Auf der anderen Seite ist es schade, weil der Simko im September sehr viel Trainingszeit verpasst hat, das eine oder andere Spiel auch nicht gemacht hat und jetzt hätte es uns gut getan, wenn er wieder in einen normalen Rhythmus reinkommt, jetzt fehlt er wieder ins Spiel. Das ist für ihn selbst sehr unglücklich, weil jetzt wäre er wieder da gewesen und ist ein wichtiger Spieler für uns. Auf der anderen Seite meine ich auch, dass wir nie gerannt haben, wenn Spieler ausgefallen sind. Dann Simko ist uns ja, wie gesagt, im September schon ausgefallen. Und drei andere Spieler, die zu Beginn der Saison in der Fixformation waren, sind uns noch viel länger ausgefallen. Wir haben das immer versucht zu kompensieren und werden das auch jetzt da nicht eins zu eins, weil jeder Spieler andere Qualitäten hat, aber wieder versuchen aufzufangen. Ich glaube auch, dass die Stimmung in der Mannschaft sehr sehr gut ist. Der Kader ist größer geworden in den letzten Wochen wieder. Und wir werden für dieses eine Spiel auf jeden Fall Varianten finden, wo wir den Simko ersetzen können. Wie schon angesprochen, die verletzten Spieler, Friesenpichler, Rahmsebner, Lindner sind seit voriger Woche wieder im Mannschaftstraining dabei. Wie stehen die Chancen für die drei vielleicht schon ein Thema für die Startformation um Samstag zu sein? Ja, wir sind einmal froh, dass sie zurück sind. Nach sehr langer Zeit können wir jetzt zumindest im Training einmal volle zurückgreifen. Sie haben keine Probleme mehr, sie haben keine Schmerzen mehr. Körperlich sind sie gesund, das ist wichtig. Fit in dem Sinn sind sie noch nicht ganz. Es ist klar, wenn du wochenlang ausfällst, dass mannschaftsregeln nicht mitmachen kannst, dann hast du irgendwo die Substanz noch nicht, um wahrscheinlich über 90 Minuten zu gehen. Aber sie machen alle drei mit einem sehr sehr guten Eindruck. Wir sind überlegen, wie können wir sie am besten am Wochenende und in den nächsten Wochen für uns verwenden. Darum geht es in Wahrheit. Es ist so, dass wir auch jetzt dann berücksichtigen müssen, dass für mich das Spiel gegen Rapid, von der Leistung her, vom Einsatz, von dem was wir gegeben haben, auch sehr, sehr okay war. Und wo sollen wir jetzt dann Veränderungen vornehmen? Die Position Simco, logischerweise müssen wir verändern. Klapfi kommt wieder retour. Auf der anderen Seite Volk Trojanski nach dem unglücklichen Zusammenstoß mit dem Rapid. Da haben wir für diese Woche auf jeden Fall mehr aus. Also werden wir sehen. Es ist erfreulich, weil wir haben noch so viele Spieler jetzt im Herbst, dass die Spieler, die jetzt noch länger weg waren, wieder da sind. Der Ramse war zu Beginn ein Fixspieler, der Friese war ein Fixspieler, in den ersten Runden war er bis er sich verletzt hat. Auch der Linke hat jede Partie von Beginn an gespielt. Also es sind schon wichtige Spieler für uns, aber man hat gesehen, noch immer sind wir in einer Situation, dass wir es geschafft haben, solche Spieler, auch den Simco, der zwischenzeitlich ausgefahren ist, so zu ersetzen, dass wir nicht komplett unten drinnen hängen, sondern in einer Situation sind, wo wir damit leben können. Und eine schöne Chance haben wir uns gegen Kapfenberg, uns vielleicht abzusetzen. Aber es wird ein wahnsinnig schwieriges Spiel. Noch einmal wir überlegen, wo wir diese Spieler einsetzen können und wie wir sie bringen. Aber schön ist, dass sie immer da sind. Mit dem KSV kommt am Samstag der Tabellenletzte nach Wiener Neustadt zu Gast. Was erwartest du dir von diesem doch sehr richtungsweisenden Spiel für beide Mannschaften? Wir hoffen, dass wir den Neustadt-Fans zu Hause einmal in den ersten Sieg liefern können. Die Unterstützung ist immer wirklich sehr, sehr gut. Wir sind sehr glücklich darüber, dass der Zuspruch der Fans auch immer größer wird und das immer mehr zusammenwächst. Deswegen hoffen wir, dass wir mehr an Dreier schenken können. Aber es ist für uns das zweite Mal so eine Möglichkeit, nach dem Matersburg-Spiel ein Zeichen zu setzen, um uns ein bisschen Luft wieder zu verschaffen. Das wird nicht leicht werden. Ich muss sagen, ich schätze die Kapfenberger Mannschaft so ähnlich ein wie uns selbst. Wir haben jetzt schon viele Spieler drinnen, die versuchen, gepflegten Fußball zu spielen. Und das ist auch unser Stil. Aber wir haben auch gesehen im Rapidspiel, dass es notwendig ist, wirklich auch über den Einsatz, über die Kampfbereitschaft, da die Punkte zu erarbeiten. Da sehe ich für die Kapfenberger aus der Gewohnheit ein bisschen einen Vorteil, den sie einbringen können. Das heißt, wir müssen in dem Bereich nachlegen. Dann wird es uns auch gelingen, so wie in Kapfenberger drei Punkte zu machen. Aber es ist für mich ein Spiel, das komplett offen ist. Wo liegen die Stärken bei der Mannschaft von Werner Gregoritsch? Ich glaube auch, dass er sich ein bisschen gedreht hat. Ich glaube auch, dass sie die technische Linie ein bisschen zu forcieren haben. Sie haben auch die Spieler dafür. Es sind einige technisch sehr, sehr gute Spieler dabei. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass sie Qualität haben, was die Robustheit auch betrifft, mit einigen Spielern. Was dann wiederum bedeutet, dass sie bei Standardsituationen sehr gefährlich sein können. Aber ich glaube auch, dass in dieser Saison wir uns stark verbessert haben, was das Abwehrverhalten bei Defensivaktionen betrifft. Und auf der anderen Seite auch immer wieder zeigen, dass wir gefährlich sein können, mit einigen wenigen Standardsituationen auch wirklich zum Torerfolg zu kommen. Ob es direkte Freistöße sind, in dem Fall war es elf Meter. Aber auch dieses Tor, das wir gegen Rapid geschossen hätten, war auch aus einer Standardsituation. Also ich glaube, es ist ein ähnliches Konstrukt, wie es wir haben. Auch eine sehr junge Mannschaft zum Teil. Einige arrivierte Spieler, so wie es bei uns auch ist. Also darum sage ich, es ist wieder ein sehr interessantes Duell. Und ich persönlich freue mich natürlich wieder auf ein Duell mit Werner Gregoritsch. Das hat immer was. Ich mag ihn sehr und freue mich schon darauf. Es wird ein bisschen eine emotionale Geschichte werden wieder. Was wird aus deiner Sicht das Entscheidende sein, wie sich der SC Wiener Neustadt präsentieren muss, um den so ersehnten ersten Heimsieg am Samstag einzufahren? Wie gesagt, ich glaube, dass es ein Spiel auf Augenhöhe ist, dass zwei ähnliche Mannschaften aufeinandertreffen. Für mich zwei gute Mannschaften, die in der Lage sind, Fußball zu spielen. Es könnte ein sehr interessantes Spiel werden. Für uns ist es entscheidend. Und dann, glaube ich, können wir jede Mannschaft schlagen, dass wir es uns irgendwann einmal über 90 Minuten zutrauen, so zu spielen, wie wir in den letzten Wochen phasenweise oder über längere Phasen, je nachdem wie es war, gegen Riedlänger, gegen Martersburg eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit. Gegen Rapid 90 Minuten kämpferisch sehr okay, aber wieder erst die letzten 25 Minuten so. Man nimmt den Kampf an und zeigt, dass man eine gute Mannschaft ist. Wenn uns das von Start weg gelingt, und da werden wir uns etwas einfallen lassen, um der Mannschaft ein Zeichen zu geben von Start weg, dann glaube ich, dass wir dieses Spiel gewinnen können. Es wird viel daran liegen, wer sich mehr zutraut, wer mehr glauben hat in seine Qualität, weil es immer ausgeglichene Situation zu Beginn des Spiels ist. Peter Stöger, ich bedanke mich recht herzlich für das ausführliche Gespräch und für die Schilderungen von deiner Position als Sportchef beim SC Wiener Neustadt. Ich wünsche dir und deiner Mannschaft für das bevorstehende Spiel am Samstag gegen Kapfenberg alles, alles Gute. Und wir hoffen natürlich alle gemeinsam auf den ersten Heimsieg in der Bundesliga-Saison. Vielen Dank. Danke.